Gute Dach allerseits, es ist die Folge 54 von Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf-Fangast, wir sprechen natürlich alles über die Fortuna, wenn ihr neu dabei seid. Heute in dieser Folge wollen wir uns vorbereiten auf das Jahr 2019, auf die Rückrunde, um genau zu sein. Und was könnte man Besseres tun, um dich auf die Rückrunde vorzubereiten? Man reflektiert natürlich die Hinrunde. Das mache ich, der Mo der Wampen, natürlich nicht alleine, sondern ich habe an meiner Seite, wie immer, euren Lieblings-Co-Host, den Michael Edscherensky8. Moin Moin und Hallo. Ja, ich liebe es, wenn ein Podcast funktioniert. Ja, die Weisheit oder das Zitat des Tages muss sein, sonst ist es keine richtige Anmoderation. Du hast natürlich recht, aber ob unser Podcast funktioniert, das entscheidet ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn man so möchte. Hörer-Innen. Starten wir dann natürlich in unserer Rückrunde-Folge mit dem Call-to-Action. Natürlich findet ihr uns auf Megafon95, in den Social Medias, Links findet ihr in der Beschreibung. Wir wollen uns natürlich auch gerne über eine Voicemail freuen. 30 Sekunden, dann kann man viel sein. Die könnt ihr gerne an ein Projekt-Milk von podcast.gmail.com schicken. Oder natürlich gerne auch 5 Sterne auf iTunes. Die helfen uns sehr, 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 unsere Bereich zu erhöhen. Und wir möchten euch gerne bitten, give a word, share a word, wie auch immer. Ich kann kein Englisch. Erzähl deinem Freund von uns. Und dem Hund. Oder einer Freundin oder der Mutter, dem Vater, dem Bruder. What's so over, der Micha hat mich jetzt schon wieder zerstört in meiner Anmoderation. Ja, ich habe gute Laune heute. Das tut mir leid für alle Zuhörer, aber ich habe wirklich gute Laune. Ich stecke noch so ein bisschen im Fresskoma vom Nachweihnachten. Wie war dein Weihnachten, Micha? Überragend, überragend, überragend. Und an dieser Stelle danke, danke, danke sehr an meine ganze Familie und alle, die mir Geschenke geschenkt haben. Und auch die, die an mich gedacht haben. Feliz Navidad. So, und judgmental, ich denke mal die Zusammenfassung der Rückrunde. Wir haben uns gefragt, welche Spiele waren denn so entscheidend. Kommen natürlich direkt einige im Kopf. Und bei uns war so ein bisschen die Dreieniederlage Nürnberg, wo wir eins unserer schlechtesten Spiele der Saison gemacht haben. Ja, Nürnberg war auch scheiße. Und das ist halt das, was mich geärgert hat, weil... Nürnke gegen Elend. Ja, hätten wir alleine in dem Spiel nur einen Punkt geholt, dann hätten wir jetzt schon viel mehr Punkte vor... Also, dann hätten wir natürlich zwei Punkte mehr Vorsprung. Deswegen war das eigentlich ein entscheidendes Spiel. Und es war auch das erste Mal, dass Fortuna mal ein bisschen kräftiger auf den Sack bekommen hat, sag ich mal. Für mich war das halt ein mutigen Elend. Nürnberg, die waren nicht wirklich besser als wir. Und das Spiel war grundsätzlich ziemlich beschissen. Aber irgendwie haben die drei Tore gemacht. Und keiner weiß, wie die drei Tore gemacht haben. Ja, das war im Prinzip ein 1-zu-1-Spiel wie das... Das Nürnberg-Spiel war im Prinzip eine 1-zu-1-Kopie wie das gegen Hannover. Nur in Hannover gewinnt man dann glücklich 1-0. Obwohl es eigentlich auch ein 0-0-Spiel war. Beziehungsweise gegen Hannover war es dann natürlich noch ein bisschen besser. Aber ja, Nürnberg hätte auf jeden Fall einen maximalen Punkt verdient gehabt für das Spiel. Und Fortuna hat sich dann praktisch selber Eier gelegt. Und wir sind natürlich das 0-0 auch noch in Stuttgart dabei, wo Zieler einfach alles gehalten hat, was man gehalten hat. Okay, Stuttgart, die haben über einen großen Zeitraum, ich würde mal sagen, so 50, 60 Minuten, waren die ebenwürdig mit uns. Aber danach merkte man zwischendurch, okay, wir hatten doch die Oberhand. Wir hätten das Spiel 1-0, vielleicht 2-0 gewinnen können, sag ich einfach mal, weil wir es nicht getan haben. Müssen, sag ich. Blieb dann am Ende 0-0, weil Ron-Robert Zieler einfach alles hielt, was irgendwie auf seinen Kasten kam. Und dann sind wir so zum ersten Mal mit einem Schlag in die Fresse. War dann das erste und einzige Mal in die Saison, nicht, stimmt gar nicht, ich habe das Bayern-Spiel auch noch geguckt. Aber das erste Mal in die Saison, wo wir in den Spiel geguckt haben. Und es war dann gegen Frankfurt, schön in der Altstadt, schön im Pub gesessen mit Paläckerbierchen und ja. Dann wird man so vermöbelt, ne? Dann wird man vermöbelt, Frankfurt gewinnt 7-1. Das Traurige ist vollkommen verdient, 7-1 mit einem überragenden Jovic. Ja, Luke Bakio macht da noch den Ehrentreffer. Aber naja. Ja, das war so Bundesliga, hier kommen wir und dann so ein Ergebnis hättest du vielleicht gegen Dortmund oder Bayern erwartet. Und dann kriegst du gegen Frankfurt, wo man zu dem Zeitpunkt noch nicht erahnen konnte, dass sie jetzt wirklich so gut spielen werden diese Saison. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn man gegen Frankfurt 7 kriegt, wie wird das dann erst gegen München und Dortmund? Aber das wurde dann eine ganz andere Geschichte, darauf kommen wir gleich noch. Aber eine ganz andere Geschichte war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Turnaround diese Saison. Der 4-1-Sieg gegen Berlin. Weil man hat gezeigt, man konnte Dure schießen, man kann spielerisch auch gegen sehr unbequeme Berliner mithalten. Das war, finde ich, sehr wichtig, weil die Berliner spielen, der Körper betont nicht, aber die spielen trotzdem sehr eklig, sehr unauffällig auch. Und die ersetzenden Nadelstiche mit Kalou, mit Ibizovic vorne drin unter anderem und konnten einfach diesen sehr stark defensiv, komisch spielenden Gegner irgendwie, ich kann das gerade untaktisch gar nicht beschreiben, 4-1. Weil wir die irgendwie auseinandergenommen haben. Ja, und meiner Meinung nach völlig verdient. Das war, ja, gegen Ende hin hat dann Berlin natürlich hinten aufgemacht und dann war das ein gefundenes Fressen für den flinken Rahman. Aber das war so das erste, ich glaube, bis zum Berlinspiel hat gefühlt Fortuna vier Tore geschossen. Ich glaube, eigentlich waren es sechs oder so und dann alleine im Berlinspiel vier Tore geschossen. Bis zu dem Spiel hat man immer gesagt, ja, Fortuna kann keine Tore schießen und dann auf einmal vier gegen Berlin und irgendwie hat man dann, nach dem Berlinspiel hat Fortuna irgendwie anders gespielt. Ich weiß nicht, ob es offensiver ist oder ob die dann einfach mal getroffen haben vorne das Ding. Ich würde einfach mal behaupten, die Spieler in sich hatten Selbstvertrauen gewonnen, was man sich dann nach und nach aufbaute. Und wir haben in der letzten Folge, falls ihr noch nicht gehört habt, Pause hier und in die letzte Folge geguckt und dort haben wir nämlich die drei Spiele der englischen Woche besprochen. Freiburg, Dortmund und Hannover. Und wir haben uns für diese englischen Wochen von meinem Gefühl her in München mit einem 3-3 die Motivation geholt, jetzt drei Spiele in Folge zu gewinnen. Praktisch zum Abschluss der Hinrunde. Ja, ich würde auch sagen, dass man halt gegen Berlin und München, dass man gemerkt hat, oh, man kann Tore schießen. Das waren irgendwie so die Kehrtwende und seitdem hat man irgendwie, glaube ich, mehr Selbstvertrauen vorne in die Offensive gehabt. Und vorher hat man, glaube ich, gefühlt gespielt so, ja, vielleicht geht einer rein und mittlerweile spielt Fortuna so, ja, wir machen auf jeden Fall ein Tor. Die Frage ist dann halt, ob wir dann noch eins kassieren oder nicht. Und deswegen habe ich das Berlin-Spiel als eins der entscheidenden Spiele, genauso wie das Spiel gegen München, das 3-3 als entscheidende Spiele, auch auf die Liste gepackt. München war natürlich ein grandioses Hoch, kann man nicht anders sagen. Das war einfach Weltklasse, wir haben die München ein bisschen geärgert und dann haben wir die München im gleichen Atemzug wieder freut, weil wir Borussia Dortmund 2-1 geschlagen haben. Bei München war es noch so, nach 20 Minuten stand es 2-0 für München, wo ich mir auch noch dachte, das geht aus wie Frankfurt. Aber dann, ja, war es die Luka Bakio Show unter anderem und dann der Sieg gegen Dortmund, der meiner Meinung nach noch überraschender kam, der bei Dortmund bis dahin ungeschlagen war, wo ich vorher noch gesagt habe, ja, gegen Dortmund, wenn Dortmund einen schlechten Tag erwischt und bei Fortuna alles gut läuft, dann kann man vielleicht einen Punkt mitnehmen und am Ende war es ein überragender Tag von Fortuna und ein ganz okayer Tag von Dortmund. Wir haben ja gesagt, vier Punkte aus drei Spielen, unentschieden mit Freiburg, Sieg gegen Hannover, du hattest gesagt, sechs Punkte aus drei Spielen, im Ende sind es neun. Du hast gewonnen, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin ja auch der Fußball-Experte hier. Bist du da schnell dran? Ich bin ja nur der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show, die begrüße an Reingemacht, Zitat. Und natürlich stellt man sich die Frage, was war gut, was war schlecht? Natürlich, schlecht war auf jeden Fall die Chancenverwertung, da haben wir zumindest, ich will nicht sagen, in 70% der ersten, der Rückrundenhälfte, also 70% der Rückrundenhälfte, wie das klingt, das wird einfach scheiße waren, aber man hat sich gegen Ende der Rückrunde echt gesteigert, zumindest Luke Bakio hat das getan und ein paar andere haben dann auch noch nachgelegt. Ich glaube, das Spiel in Frankfurt war so ein Ausreißer nach unten. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man gegen Bayern zurückkommt, so ein Ausreißer nach oben. So wie Berlin gespielt hat, waren 4-1 da auch vollkommen in Ordnung, um das jetzt mal so zu nennen. Also denke ich mal, dass wir jetzt auch zum Positiven kommen können in der Kehrtwinde ist, wir konnten oft mithalten oder waren sogar besser. Es lag an uns, dass wir manchmal nicht mehr gemacht haben, wie jetzt gegen Stuttgart, gegen Leverkusen. Mainz. Gegen Mainz, das lag einfach an uns, dass in Mainz der Boethius, heißt der Boethius? Boethius, keine Ahnung. Boethius einfach eine gute Chance hat, ein Tor macht, weil der Rensing ein bisschen Patschen hat. Das war der Matheta. Matheta, der Matheta das Tor macht, weil der Rensing ein bisschen Patschen hat. Da war Rensing das Opfer und Matheta der Täter. Entschuldigung. Hashtag Matheta, der Täter, möchte ich gerne sehen von euch. Und ja klar, du bist halt in Frankfurt, wie gesagt, untergangen. Ja, ich muss... Man hat auch Ergebnisse, Spiele, also man war aber spielerisch nie unterlegen, außer jetzt gegen Frankfurt als sonst. Keine Ahnung. Ja, ich würde behaupten, das Frankfurt-Spiel war das einzige Spiel, wo man eigentlich einen Klassenunterschied gesehen hat. Da würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall positiv verbuchen, weil man... Ich habe häufiger so Spiele wie gegen Frankfurt. Zwar nicht, dass man irgendwie 7-1 verliert, aber dass man so 5-0, 6-0 häufiger verliert, habe ich vor der Saison schon gedacht. Und jetzt nach der Hinrunde, wo ich mir denke, eigentlich kann Fortuna gut mithalten. Ob es dann reicht oder nicht, lag dann meistens an der Chancenverwertung. Da gab es zwei, drei Spiele, die dann halt mehr durchschnittlich waren, wie jetzt zum Beispiel gegen Wolfsburg, gegen Nürnberg. Die waren dann auch nicht überragend, aber da war der Gegner auch nicht überragend. Also so, das war nichts, wo der Gegner einen an die Wand gespielt hat, sondern einfach nur so Pech an der Stelle. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall gut in der Hinrunde war, dass Fortuna oft oder meistens mithalten konnte. Wir hatten halt Pech, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen Wolfsburg gespielt haben, der, wie heißt der Fan der Horst, der hat halt da momentan seine goldene Zeit gehabt oder seine paar Spiele, wo der echt gefährlich war. Mittlerweile hat er das auch abgestellt. Aber zu der Zeit war der halt ein paar Spiele vorher und danach echt gefährlich vom Tor. Und der gegen uns hat natürlich dann auch dann gezeigt, wo seine Form zu dem Zeitpunkt war. Natürlich große Überraschungen, wie erwähnt, gegen Berlin, gegen Dortmund, gegen München. Und ansonsten war halt alles irgendwie wie erwartet. Wir können eigentlich froh sein, wo wir stehen. Wir haben jetzt, glaube ich, 18 Punkte erreicht. Robert Schäfer hatte 20 Punkte, glaube ich, gefordert als Hinrundenergebnis. Ich glaube, der hat 15 bis 17 Punkte gefordert. Also ich meine, ich habe ja recherchiert, ich habe ja ein Interview gelesen von ihm, wo er mehr gefordert hat. Aber in welchem Zusammenhang kann ich dir jetzt auch nicht mehr verraten. Was natürlich mich so ein bisschen geärgert diese Saison ist, dass gegen uns ein Trend sich auf der zweiten Liga fortsetzt und wir einfach nur starke Keeper gegen uns haben. Sind die Keeper in Deutschland so stark, so geil oder sind das eigentlich wir, die halt die Keeper erst so stark machen, dass sie gegen uns halt dann krass sind, geil sind, super sind, toll sind, weltklasse sind? Weiß ich nicht. Also, aber das ist irgendwie schon auffällig gewesen, dass die meisten Torhüter gegen Fortuna dann auf jeden Fall eine Top-Leistung in der Saison. Ich meine, guck dir Giefer an. Der hat Anfang der Saison gegen Augsburg bei uns das geilste Spiel ever gemacht. Mittlerweile hat er seinen Stammplatz voll, weil der so scheiße war danach. Ja, oder bestes Beispiel ist Zieler gewesen. Der hat, glaube ich, vorher gefühlt, also hat vorher sich ein Ei gelegt, ein Spiel nach Fortuna ein Ei gelegt und gegen Fortuna hält er dann alles und das ist dann ja, weiß ich, ob das dann daran lag, dass dann die Schüsse irgendwie nicht mit letzter Konsequenz waren, sondern so, dass man die trotzdem noch halten konnte. Ja, war auf jeden Fall ein Ärgernis. Ja, was für mich halt auch ein Ärgernis war, ist, dass das größte Ärgernis in der Hinrunde war eigentlich das 0-0 gegen Stuttgart. Ja, ich habe nur das Bremen-Spiel von Fortuna, glaube ich, nicht gesehen über 90 Minuten. Sonst habe ich alle Fortuna-Spiele gesehen und ich würde behaupten, Stuttgart war mit Abstand der grottigste Gegner, gegen den Fortuna gespielt hat und es war eine Schande, dass da Fortuna nicht 3-4-0 gewonnen hat gegen die und ja, nur weil Zieler irgendwie alles gehalten hat und auch die Dinger, die eigentlich 120% drin waren, heilt der Zieler. Ja, deswegen mein größtes Ärgernis war, dass man gegen so eine richtige Gurkentruppe aus Stuttgart, zumindest in dem Spiel, ich weiß nicht, wie die sonst spielen, aber in dem Spiel war Stuttgart eine richtige Gurkentruppe. Die haben, da hat mir teilweise Rot-Weiß Koblenz im Pokal besser gefallen, die haben besser Fußball spielen können als Stuttgart. Wie gesagt, in dem einen Spiel, ich habe sonst keine Stuttgart-Spiele gesehen, aber... Stuttgart ist natürlich demoralisiert und denen fehlte halt Glück, denen fehlte halt irgendwie alles im Moment und Koblenz, die haben halt eine geile Saison bis dahin gespielt und die wollten halt attraktieren, die wollten gefährlich sein, sich präsentieren und das hat man gemerkt und wir haben das halt trotzdem einfach souverän wegmoderiert und deswegen können wir uns nur freuen, wenn jetzt im neuen Jahr nach dem Cup hier bei uns in der Arena, ich sage jetzt extra den Namen nicht, Winter Cup. Ja, da habe ich ja nicht mehr Winter Cup, aber... Winter Cup. Dann Schalke im Pokal, wir hoffentlich da ein bisschen was mehr reißen können, als wir gegen die getan haben im Ligaspiel. Das Ligaspiel gegen die war ja nicht komplett kacke, aber... Nein, aber irgendwie haben die trotz McKennie im Sturm geschafft, gegen uns zu gewinnen. Und das ist halt dann für mich, ich will nicht sagen Qualität, aber einfach Unsouveränheit, die wir einfach dann zwischendurch an den Tag liegen, weil wir vielleicht nicht ganz zu 100% Erstliga-Qualität haben. Ja, aber da hat sich Fortuna ja mittlerweile stabilisiert und jetzt halt den zweiten Part der Hinrunde, hat Fortuna auf jeden Fall souveräner agiert als noch im Mittel der Hinrunde, deswegen... Ich glaube, Fortuna wird sich weiter festigen und ob es am Ende reicht für einen Pokalsieg gegen Schalke oder den Klassenerhalt wird sich noch zeigen, aber momentan steht es eigentlich dank der englischen Woche mit neun Punkten ganz gut. Jetzt haben wir wie gesagt 18 Punkte und alles ist gut, aber Friedhelm Funkel fühlte sich so ein bisschen jetzt in den letzten Tagen appellieren zu müssen an Spieler, an Fans, die sollen doch bitte demütig sein und einfach mal das akzeptieren und sich darüber freuen, was es momentan gibt. Hast du in der Fanszene so eine Größenwahnsinnigkeit wahrgenommen, jetzt Europa League im Winter noch und dann geben wir Gas, so nächstes Jahr Champions League und 2021 werden wir dann Meister oder ist das einfach nur die Friedhelm Funkel-Demuts-Standard-Keule? Ja, das ist halt typisch Funkel. Funkel haut halt immer drauf, man soll ja nicht denken, ach jetzt läuft, sondern immer weiter arbeiten und das nächste Spiel besser spielen als das letzte Spiel und deswegen, ja, das ist wahrscheinlich wieder nur so ein... Das klingt jetzt negativer als ich meine, aber das ist dann so dieses auf die Bremse drücken, bla bla, um die Mannschaft halt bei der Stange zu halten und nicht, dass die jetzt denken, dass wir gegen Augsburg, das erste Spiel in der Rückrunde, dass wir gegen Augsburg direkt 4-0 gewinnen und dann die komplette Rückrunde, alle Spiele gewinnen und dann noch Meister werden und ja, es ist aber halt auch so, dass die Rückrunde muss mindestens genauso sein, wenn nicht sogar noch besser und ich glaube nicht, dass man in der Rückrunde nochmal gegen Dortmund und Bayern, also ich glaube nicht, dass sie sich in der Rückrunde nochmal gegen Fortuna die Blöße geben und deswegen dann nochmal extra motiviert sein werden. Das heißt, man muss dann gegen die Punkte gegen die, man muss dann halt die Punkte gegen Mainz holen, man muss halt die Punkte gegen Augsburg holen. Stuttgart. Ja, Stuttgart. So, und das sind halt auch die wichtigeren Punkte, weil zum Beispiel jetzt in der englischen Woche die Punkte gegen Freiburg und Hannover, also obwohl Freiburg ist ja nicht mehr direkt da, aber gegen Hannover, hätten wir gegen Hannover verloren, dann wären die wieder dran gewesen und dann hätte uns der Sieg gegen Dortmund weniger gebracht. Natürlich hätten wir gegen Dortmund verloren, wären wir dann mit einer Niederlage gegen Hannover natürlich komplett am Arsch gewesen, aber so, man baut ja auch den Gegner auf dann, wenn man ihm die Chance gibt und deswegen, ja, ich kann halt Funkel verstehen, dass er da auf die Bremse, weil wir haben halt noch nichts erreicht. Wir haben jetzt eine gute Ausgangslage, wir können im Winter mal ein bisschen durchpusten, denken, zum Glück stehen wir über dem Strich, zum Glück haben wir ein bisschen Polster, aber 2013, als wir in der ersten Liga waren, hatten wir zur Winterpause 21 Punkte, ich glaube sogar 9 Punkte Vorsprung auf dem Abstiegsplatz und dann waren wir am letzten Spieltag das erste Mal auf dem Abstiegsplatz und sind dann abgestiegen, deswegen, es läuft dieses Mal auf jeden Fall besser, auch wenn es halt von der Tabellensituation schlechter läuft, aber irgendwie ist die Mannschaft gefestigter als damals und man spielt auch besser Fußball. Damals war es so, man hat gefühlt nur irgendwie durch Kampf irgendwie glücklich Punkte geholt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Fortuna spielt auch Fußball und kämpft nicht nur. Man kann ja irgendwann mal so einen Rewind machen, so einen Rückblick auf 2013, 2013 und mal gucken, wie es da halt war. Aber du hast schon recht, man hat damals aus anderen Gründen gewonnen. Die Mannschaft wirkt jetzt einheitlich, man hat sich super ergänzt. Dazu kommen wir im nächsten Teil noch detaillierter, weil das ist ja nur Teil 1 der Rückschau. Jetzt hast du noch irgendwas zu sagen, ansonsten würde ich jetzt einfach gleich den zweiten Teil anmoderieren. Eigentlich nur, dass die Leute in den zweiten Teil hören wollen, wo wir dann nicht nur allgemein die Situation beschreiben, sondern auf Spielerleistung eingehen. Und sonst hätte ich nur zu sagen, ja, dann hört nächste Woche wieder rein. Da kommt nämlich der Teil 2. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Wir bedanken uns bei euch für eure gute Hörerschaft. Lasst doch bitte eine 5-Stelle-Rezision von iTunes da. Die würde uns super duper helfen, voranzukommen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Weil mehr Aufmerksamkeit generieren können wir ja nur durch euch. Und deswegen freuen wir uns super, wenn ihr uns empfehlen würdet, an Freunde, Schwestern, Bekannte in Gruppen teilen. Wie gesagt, liebt uns, liked uns, zahlt uns. Wir sind Mega595. Ihr könnt uns auch gerne eure Meinung zu den Themen oder Feedback gerne in unsere Mega595-Gruppe schicken. Wir würden in die Kommentare schreiben. Findet uns auch, wie gesagt, auf Facebook. Lasst ein Like da. Lasst vielleicht auch einen Pinnwand-Eintrag da. Schüler VZ. Schreibt in den Buschfunk. Folgt uns auf dem Twitter. Und natürlich bin ich, der Mo, der Wappendruppel auf Twitter. Der Michal ist EdgeGelzki auch auf Twitter. Und wir sagen vielen Dank. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns auch. Bis zum nächsten Mal.